Nie Nice Waren das alle 3? Den einen hab ich erwischt, der wollte sich da heilen, den hab ich der Sniper weggemacht. Sehr schön. Hab ich Nekro? Ja, ich hab Nekro. Hast du Wischung? Ja, du kannst dich auch... Einfach so zu dir? Ja, ja. Ich lieg hinterm Hügel. Wenn du auf das Fenster aufpasst. Ja, da hat einer geguckt, da hat einer geguckt auf jeden Fall. Hier ist eine Leak-Nekrohne. Wir müssen auf die Fenster aufpassen. Okay, sind wir da am Flieger? Ja, ja, dort ist immer einer. Nee. Ich versuch's immer wieder. Ich warte, bis der dumm ist. Da ist der andere. Hm, ja. Der hat ein Obress-Dram. Und wo ist der dritte? Der liegt irgendwo zwischen den Wurzeln. Äh... Da irgendwo. Ich bin mir nicht sicher. Hier, glaub ich. Weil der hatte auch... Ich glaub, ich weiß nicht, was das für einer war. Hit! Wo, Leute? Immer noch am Fenster? Ja, ja. Ja, der guckt immer dann, wenn ich nicht guck. Das ist... Aber noch woanders her. Ja! Ja! Rechts? Ja. Springfield. 60 Meter. Devils Atom. Ist der tot gewesen? Nein. Ist aber kein Level. Ist damit dabei. O dabei? Nee. Ja, Alter. Direkt grad drauf. Ich kann leider nicht sehen. Ich bin vor nicht. Na. Ich kann dich aber... Ich könnte dich nekronen. Ich kann nicht. Ah, nee. Ich schmeiß einfach ne Joke hier vorne hin. Der ist genau hinter der Lore. Ich negro dich. Okay. Ja, der ist wieder hinter die Lore gegangen. Dankeschön. Ist immer noch dort. Er läuft jetzt nach da hinten rüber. Ich muss sagen, das ist Bounty. Was macht denn das jetzt? Nö. Ist immer noch... Da ist immer noch einer. Ja, das ist immer noch der gleiche. Immer noch der... Mit der Springfield. Auf passendem Pferd aus 90. Will geflankt werden. Und die ist noch drauf. Bei mir relativ nah. Ich hab auch Steps hier. Schmeißt was. Schmeißt was. der pusht mich jetzt musste ich wieder nicht dahinter geflitzt einer ja über mir er muss zum bauty team eventuell gehören das ist immer noch der advokat sie einfach nicht er ist jetzt hier dahinter ich habe ihn gerade gesehen der eiert jetzt hier rum bei uns 165 ungefähr da immer er ist darüber gegangen schmeißt das was ist mit dem hat der gummi bälle gefressen rechts unten noch einer wir müssen rotieren wir müssen woanders hin das ist nicht das bounty team das ist immer noch ein anderes team fenster muss erst kurz warten ab 1 am fenster da ist gerade was drüber gesprungen ein bounty ist draußen da ist nicht da ist da ist das andere team höchst wahrscheinlich nicht wollen wir da mit dazu ja ich bin gerade in dem haus hier drin ich habe nur noch eine patrone in der sporks ich will keinen druck machen aber das muss ein headshot werden ja 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 ich glaube da sind fallen aufgestellt einer von dahin let's patrone Ja klar. Der Hedger drückt ihn. Entschuldig. Ah, ist weg. Da unten. Die Pinks landen immer ganz woanders. Was? Okay. Der Sparks-Typ ist da unten. Wo? Der war beim Dicken. Mich eng über den Haufen geschossen. So einer Sparks. Ja genau, bleiben wir in diesem roten Häuschen. Links davon. Von wo? Oh. Ich kann dich nekronen, wenn du bist. Ich glaube... Mit... 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 Hier ist noch einer. Auf dem Dach. Der ist noch nicht zu retten. Die Pfeiler zu dem Böden genauer. Der ist da. Ich muss das mit einer Böden. Hier ist ein Abfall. Der hat die Böden. Und dann ist die Wand, die den Böden der Böden erzielt. Er ist auf dem Böden der Böden zu durchbauen. einer im hof einer im haus obendrinne hier bei dem kleinen ja hier obendrinne nix mehr zu heilen ich sehe nix wie sieht er mich hier oben drin ja schön für ihn ich probier's ich probier's der hat meine nie nachgeladen ich bin schon wieder leer da war noch einer mit schalldämpfer pass bloß auf du bist rot rot ich habe keine money mehr das ich brauche unbedingten munition unterstützung vor allem auch ich hatte auch übel wenig leben noch schade 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 zum schluss bin ich dann doch noch sehr nervös geworden sieht man auch gut an meinem movement und an dem ständigen waffenwechsel und auswählen der falschen aber insgesamt war es doch eine echt interessante runde und wenn es euch genauso gefallen hat wie uns würde ich mich über ein like comment oder sogar ein abo freuen bis dahin ciao